Dieses Video erläutert die wichtigsten Abbildungsfehler bei Fotoaufnahmen. Das sind die Vignettierung, die Verzeichnung, die sphärische und die chromatische Aberration. Die Vignettierung äussert sich durch eine Randabschattung, die vor allem in den Ecken sichtbar ist. Das Beispiel ist etwas übertrieben dargestellt. Die Vignettierung rührt daher, dass die Lichtdurchlassöffnung sich umso weiter verkleinert, je grösser der Winkel zur optischen Achse ist. Neben der geometrisch bedingten, sogenannten natürlichen Vignettierung kann es auch sein, dass im Objektivturbus der Strahlengang zusätzlich beschnitten wird, was dann die Vignettierung verstärken kann. Beim Fotografieren können auch geometrische Verzerrungen auftreten, bei denen gerade Linien gebogen wiedergegeben werden. Es wird unterschieden zwischen der kissenförmigen und der tonnenförmigen Verzeichnung, die aus der Grafik ersichtlich sind. Die sphärische Aberration heisst auch Kugelgestaltsfehler und rührt daher, dass die Linsen in der Mitte und am Rand leicht unterschiedliche Brennweiten haben. Dadurch haben die Randstrahlen eine abweichende Schärfenebene und je nach Blende führt dies dann zu sichtbaren Randunschärfen im Bild. Eine digitale Korrektur ist kaum möglich, daher ist es entscheidend, qualitativ hochwertige Objektive einzusetzen. Die bestmögliche Korrektur dieses Fehlers gelingt mit asphärischen Linsen. Auch die Aufnahmetechnik kann den Effekt verringern, indem man abblendet. Wenn die Blende geschlossen wird, gelangen weniger Randstrahlen aufs Bild. Die Lichtbrechung an einer Linse ist für jede Wellenlänge des Lichts leicht unterschiedlich. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Brennweiten für jede Wellenlänge. Dieser Effekt heisst chromatische Aberration oder Farbfehler. Der Farblängsfehler führt dazu, dass im Unschärfebereich Farbsäume auftreten. Die sind vor der Fokusebene und hinter der Fokusebene unterschiedlich. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Brennweiten sind die Bilder der Sensorgrundfarben leicht unterschiedlich in der Vergrösserung. Dadurch ergeben sich gegen außen Farbverschübe. Ein Beispiel ist im runden Ausschnitt zu erkennen. Zumindest dieser Farb-QR-Fehler kann in Photoshop und in Lightroom automatisch korrigiert werden. Mehr dazu erfahren Sie im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017